Was gibt's denn heute zum Angebot? Tut mir leid, ich bin versichert. Geil, gefühlte fünf Jahre hat's gedauert. Ja. Geil, ich kann hier langlaufen, das muss ich natürlich noch nicht, ne? Es tut mir leid, ich kenne dich, weil das gehört. Oh, hier ist ein, oh, geiiiil, dann dreh ich mal um. Ich tauche, ich seh mal, man hat noch nichts, ich tauche gerade, ja. Hier. Da, ja, da ist er. Oh, du mit. Alter, geil, hier ist echt, hier liegt ein Outfit. Nichts passiert, was? Ja, äh, wie hieß es nochmal? Nichts passiert oder so? Nichts passiert oder so, ja. Ich hab mich hier umgeguckt, hab die Leiche gesehen, dann musst du dich schick drücken, dann hast du ihn umgedreht, also ich hab ihn aufm Rücken gelegt, sag ich mal. Oh, geil. Animation, was? Ja, super. Genau. Und dann lag da das Outfit. Ah. Ah. Das liebe ich doch jetzt. Komm mal da. Ah. 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 Genau. Oh mein Gott. Oh. Oh. Sieht sehr geschmeidig aus. Ne? Ich, ähm. Oh Gott. Ja, ja. Ah. Ah. Ein Problem. Das, das, das mache ich. Ah. Okay. Ähm. Wie ist denn deine, deine... Jawohl. Ach, geil, ich hab mir ein Trophäe erhalten. Ach, das ist ja halt. Ich liebe Trophäen. Oder? Ähm. Na dann los. Wuuuuuuuuh. Nein, ich hab dich nicht gesehen. Boah. Du gesprungen bist. Schade. Achso, ich bin gleich, ich bin direkt mit dir gesprungen. Boah. Ja, ja. Boah. Ja. Ja. Let's hit's, Alter. Wuuuuh. Ahaha. Und die, alte Einschlagung ist tot. Die Waffen sind der Wahnsinn. Ich liebe es. Wuuuh. Hat's, Alter. Hat's. Hat's. Guck mal. Hat's. Kopf. Oh, herrlich. So einen schönen Kopfbrenner hab ich noch nie gesehen. Boah, Alter, ist das... Die Waffen sind der Wahnsinn. Wuuuh. Ey, aber vergess mich ernst, wenn da vier Leute rumstehen und du machst einmal einen Patze und vier Köpfe fliegen davon, es ist doch herrlich. Hahaha. Ja, Mann. Wuuuh. Und die brennen und... Ach, kickt euch. Alter, ist das... Es macht Spaß. Boah. Unzeit, du. Einmal mit. Boah, ich wurde voll gekotzt. Genau von dem hier. Alter, wie blöder... Oh. Kotze auf den Mollbein. Kotze auf den Heu... Ballen. So, genau. Amid, wie geht das? Drüber springen und dann einfach auf den Landen mit R2. Und R2 zu verteilen. Ja. Also, bei mir ist es eher eins. Also, drüber springen... Wie jetzt mal irgendwo ist hier eine da. Genau. Springen, runter gucken und... Oh, geil! Geil! Ja, Mann. Okay, funktioniert, Alter. Das ist jemand, der... Genau. Das Gerücht. Ach so, hast du jetzt eigentlich dann, ähm... Storytechnisch, das auch am Start? Ja, ja. Okay. What do you want? I need to talk to someone in charge, I'm from Heran. Oh. You smuggler? You work for the crook, hm. Look, I-I don't know anything about any smuggling pal, I'm here just... I need some help. As for Jazir, but understand this, if you steal anything, you lose your hands. Alles klar, Freddy in Mercury. Ich rufe mir jetzt mal die Bullsecher an. Ja, ja, guck sie doch mal an. Oh, iiih, iiih, voll die Gig-Tänzen, alter! Weiß du was ich jetzt da sag? Ach, ich weiß nicht, ob man das hört, ich hoffe es einfach. Alter! Alter, du hast vor die Gig-Tänzen, wie ihr mich noch anschaut, gebraucht, haha, die Gig-Tänzen. Äh, hier ist auch noch einer? Ja. Burak. Burak! Oh, er ist voll geclitcht. Bitch! Also hier kann man zum Beispiel Strom machen, wenn ein paar Zombies kommen. Es ist hier keine Safe-Zone, denke ich schon. Oh, hör mal, ich hör auch mal. Pitti-Pitti-Platschi! Hier. Warte, warte, herrlich. Oh, hier. Hier wird gearbeitet, herrlich. Mal gucken, wie lange er noch braucht. Und hier ist ein paar Nachrichten. Oh, hier ist ein paar Nachrichten. Oh, ich weiß nicht. Du solltest dich fragen. Oh, ich weiß nicht. Wo finde ich ihn? Oh, in der Barn. Oh, hier ist eine Nachricht. Oh. Hey! Und hier die Clover Pier, für den Fall. Also, als Tom... ...der hat Dünnschiss, meine ich. ...als Tom wieder... Oh, so sieht er aus, er hält sich in Wamst, ne? Ja. Hallo. Oh, Alter, der Dünnschiss... ...Dünnschiss. Barbeque. Vater, bitte. Können wir uns über das hier reden? Oh, das ist ganz im Ernst. Es ist natürlich wieder eine Schnecke dabei, ne? Und ein Brot. Und die sind sogar Pankrock oder so. Ah, Entschuldigung. Nicht jetzt, bitte. Okay, äh, beim zweiten Mal weiß ich Bescheid. Wie hättest du den hier? Ah, ich will nicht interrumpfen. Ich schaue für Jazeera. Ich bin Jazeera. Aber wenn du Essen möchtest, haben wir nur Brot. Nein, nein, ich brauche nicht Essen. Hör, ich bin aus Haran. Und ich bin gekommen, weil ich gehört, dass es Leute in der Weste gibt, Alter. Geil! ... dass sie nicht schlafen, selbst wenn sie gebeten werden. Oh. ... Aladin und die wunde Schlampe. ... Däden, ich bin entschuldig zu sagen. Du möchtest auch immer weiterhören zu ihm. Ich werde dir nicht mehr sagen, als er. Warum will niemand mir helfen? Das Virus ist überall in der Stadt. Leute sterben. Und zwar, dass du noch leben möchtest. Geh ein bisschen Brot, mein Freund. Und zurück in Haran. Nein. Nein. Jetzt kommt sie. Oh mein Gott. Hey, this is Crane. Doe du copy? Ja. Damn, ich bin ein fucking Wasteland. Hey. Ja, du. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich will nicht Sie. Don't worry. Ich bin nicht wie die resten dieser Looney. Ja, ich bin zufrieden. So you're not one of them? Why aren't they trying to run you off? Because I sell more shit than just bread. My name's Khan, by the way. Kyle Crane. Hey, you're from Haran, right? Bet you run into my optically challenged buddy. Er hat fucking 5 Goldketten drum, alter. Goldketten schmuck. Ja. Ja. Ja, das ist eine verdwolle Schmer. Aber ich kann sagen, ich bin überrascht. Vielleicht kannst du mir helfen. Kurt sagt, die Leute hier sind imunen zu dem Virus. Kennst du nichts über das? Nicht, dass du das sagst. Ich weiß nicht, dass die Lokale tatsächlich nicht so gut sind. Sie sind in einer verdwolle Schmerzen. Sie sind in einer verdwolle Schmerzen. Sie haben eine Frau, die sie die Mutter. Sie war nur eine gewisse Tradition der Lokale. Sie wissen? Sie waren nicht sehr ernst. Sie sind sehr ernst. Sie sind sehr ernst. Sie sind seit dem Ausbruch. Sie schrauben symbolen überall. Sie machen diese fucking Rituals. Ich denke, sie haben sogar für sie gebeten. Aber was ist das ganze Nicht-Turne-Sie? Sie sind Antizen oder was? Hör. Ich bin jetzt ein kleiner Mann. Und seitdem ich ein Entrepreneur bin, lasst uns business machen. Partner. Du und ich. Hast du nichts, Freund? Oh. Blöde will er nicht. Haha. 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 Okay. Äh. 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 Bist du schon drin oder was? Mehr oder weniger. Du müsst eigentlich nur die Autos klauen, aber ich lass hier keinen am Leben. Wir machen alle nass, oder? Ja, wenn dann richtig. Aber ich seh ja hier halt keinen. Ich bin auf dem Mondstand, hier ist hier aber... Ich seh halt einfach keinen. Ich sag, der... In der Zeit mal in der Kiste. Ah, ich wusste, was hat das für knapp? Oh, Alter, was? 1100 Schaden? Okay. Dann lass dich mal lieber. Alter, wo bist du denn da reingekommen? Das war ganz im Ernst. Das ist doch ein Wurfwagen. Äh, natürlich. Ich hab das nicht im Wurfwagen nicht mehr im Sinn gehabt. Ja, jetzt bin ich auf drin. Dankeschön. Äh, ich nehm mal meine... Schalk gedämpfte Scheiße. Mach eine Brick. Und brech trotzdem Gedicke. Ja, ist ein Schade tot. Ach so? Ne. Ich wollt ein wenig Action haben, aber... Es ist schon vorüber. Es nervt. Was? Ah, okay, hab's. Alter, was... What the fuck? Was war das denn? Hahahaha 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 Alter! Kommst du? Ja. Bomm mal wie ich... Ich bin, ich bin drauf vorbeigepackt... Achso, ich bin dran vorbeigeparkt. Ups! Schön eingeparken noch. Herrlich. Schön eingeparkt. Gefällt mir. Das war der geil. Huuuuhhhhhh. Hooooo... Uuuhhhh... Hahahaha 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 Ja... Er ist weg. Ich glaube, dass sie endlich gefragt haben, ihn zu verabschieden hat. Ascht ihn zu verabschieden, huh? Und was, At Gunpoint? Und wer ist sie? Sie, die ich endlich gemacht habe, was mein Vater sollte haben, lange Zeit gemacht haben. Und es hat sich dann wirklich schön und quieten hier gemacht, nicht? Du hast nicht answeriert meine Frage. Natürlich ich nicht. Du bist hier für die gleiche Grund, er ist. Die Grund, die Bandits nicht uns alleine lassen. Und wir sollten Sie glauben, Sie? Da muss ich etwas tun tun, ich kann Ihnen tun. You don't have to convince me. I don't care. Show everyone else you're here to give, and not just to take. And I'm Ezgi, by the way. Kyle Crane, Ezgi. Can you give me some hints at least? What do you guys need? I suppose I could help you out. Just remember, you'll have to return the favor one day. You got it. The groundwaters got polluted a while back. Imagine what would happen if you got our water running again. I assume there is a way to do this? Yes, there is. But it's in banded territory. Several men who volunteered to go there, well, they never came back. So I wouldn't recommend it. Unless you have a death wish. Yeah, but when you said they asked him to leave, you didn't mean the people who live there. No, these people never actually do anything. They couldn't get rid of Khan for months before. Why would they do it now? Is it a good question? Is it a bad question? Still not sure if you deserve this. That's the front eye, that's small, had the right. To leave someone out of the community just because it's rude. Isn't that a little bit cool? Best answer to the question. Oh, how does it look so old then? was denn ja genau was ist jetzt los jetzt bin ich oben Benzinsparen ich bin hier oben kann ich jetzt eigentlich auch Waffen benutzen wie du bist hier oben das wäre ja so schön geil ich kann nicht geil siehst du das wenn ich nach hinten gucke oder gucke ich nach vorne du guckst du machst halt einen Schulterblick und es sieht so krank aus wie sieht das aus wie sieht das aus kann ich auch hart sind ich sitze hoch ich sitze hinten drauf ist mir wurscht ich verdammt jetzt ab und zu mal aber mach mir ich bin jetzt sparen ich bin jetzt sparen das sieht so geil aus von hier oben ja ja herrlich oh ii geh weg äh ah wir haben hier voll geboxt alter wie kannst du wie willst du mich denn boxen alter gekundet äh du bist ich oh ich hab ja auch hier äh schien pistolettet ach ne nehm ich jetzt mal geil ähh Beheirrrrrrr. Hau zurich! Am Scheißdeck wird dir geholfen. Der hat's cool gemacht. Arni, nein! Ne. Also, wenn ich ja dich wenigstens mal finden würde. Okay. Wo bist du denn jetzt bitte schön rein? Hier, die Tür, einfach. Wo? Hier, hier über dir. Ach, keine Fragen. Äh, Entschuldigung. Nee, brauchst du nicht mal unbedingt. Ja, auf jeden Fall mal hier die Outfits auschecken. Ah ja, geil, stürmende Outfits. Oh, der Zerstörer, ja man. Und natürlich, der Überlebende. Aber nichts passiert ist ja wohl, echt mal. Also nichts passiert ist schon... Voll die Enttäuschung. Also, ey, das würde schon geiler sein können, ne? Dann nehme ich das hier wieder, Kopfgeldjäger.